Ha! Liederlöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part von LP Your Adventure Map. Und heute sind wir mit Doniki, beziehungsweise Pyrofang, wenn ihr ihn noch kennt. Wir spielen heute die Map von Roni Me. Und sie heißt One Simple Quest. Ist eine Zweispiele-Map, deshalb haben wir unseren Freund hier dabei. Hallo! Und wir starten gleich. Das haben wir alles eingestellt. Das ist nicht so wichtig. Goldblock, with prayer breaks our checkpoints. Alright, gut zu wissen. Good luck with Bob. Keine Ahnung, was das heißt. Who the fuck is Bob? This map is only for at least two players. Äh, 1, 2, gut. It's dangerous to go alone. Wo ist das Schwert? Talk to the Wanderer. Hä? Oh, kriegst du auch ne Message? Ja, halt nen Test, ja. Ja, witzig. Okay. Start your adventure. Okay, let's go. Hi. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Map ist. Oh, Bob. Ist das Bob? Das ist Bob. Das ist Bob. Sag, Bob. I'm... Shut up! Oh, shit. The world is in danger and I need your help. Okay. Ah, das ist Bob. Okay. Ja. Du alter. Why in the world is in there work? No time for that. Here's a simple quest. Ah, one simple quest. Save the world. Save the world. Ah, I have no idea why. I just do it. But before you can do the simple task, you have many other tasks to complete on your trip. Let's start with an easy task. Try to reach me. Oh, God. And to make it interesting, let's do a competition out there. Task, reach Bob and be the first. Oh, nein. Ist das jetzt Jump and Run, bitte? Nein. Nein. Ich hab keine Ahnung, was... Oh, shit. Okay. Okay. Ich bin vor dir. Gewegt. Nein. Was? Was? Ich bin so angeregt. Nein. Nein, wa... Oh, mein Gott. Ich glaube, wir schaffen nicht mal diese erste Task. Okay, warte. Ich schaff diesen Jump nicht. Hörchen. Oh, God. Echt? Der hier? Ja. And be the first... Oh, God. Nicht mal den hier. Oh, God. Ich bin so angeregt. What the hell? Das sind gar nicht so schwierige Sprünge. Oh, yes. Oh, nein. Nein, oh, nein. Ich glaube, wir scheitern hier. Ja. Das ist das Ende. Danke, dass du das eingeschaltet hast. Vielen Dank. Hast du eine Beherrte da? Abonnieren, wenn du das noch gemacht hast? Ja, ne? Okay. Ne. Äh. Ah, apropos. Timer einschalten. Ich vergesse es jedes Mal. Oh, jetzt? Was? Nein. Nein. Ah, ich bin wieder unten. Hä? Wie komme ich zu ihm? Keine Ahnung. Warte auf mich, dann... Hä? Hä? Ich sehe einfach... Ich war ganz oben. Aber ich weiß nicht, wie ich zu ihm komme. Ich sehe ihn halt einfach runterfallen, halt. Nein! Ey, ohne Witz. Oh, ich muss mich entspannen, ne? Ach, verdammt. Habe ich dich gerade geblockt? Ja. Nein! Ich hatte noch nie so viel Spaß an einem Jump'n'Run, dass es so banal ist, wie hier. Es ist richtig dumm. Aber egal. Okay, warte. Ich war halt oben, aber ich habe keine Ahnung, wie man zu dem hinkommt. Alter! Vielleicht müssen wir beide da sein, ne? Oder so. Aber das wird keinen Sinn machen, oder? Wird keinen Sinn machen. Er hat ja gesagt, der erste... Nein! Nein! Ich bin auch... Oh Gott. Hat er nicht gesagt, das sei eine simple Task? Simple Task. Save the World. Vielleicht ist das schon eine Task. Mit so zwei Idioten, weißt du? Es stand ja irgendwie, es könnte von der Dauer her 20 Minuten bis zwei Stunden gehen, oder sowas. Und ich dachte, ja, easy, Alter, 20 Minuten. Wir sind Pros, ne? Das geht schon. Halbe Stunde, höchstens. Ja, ist der Jump'n'Run. Oh, fuck. Nein! Was geht denn jetzt? Was ist los? Oh. Ja, es gibt halt einen Instant-Report. Nein! Du warst so fokussiert auf diesen einen Jump. Oh, okay. Der ist das Schwierigste, irgendwie, ne? Ja. Okay, ich habe ihn geschafft. Oh. Ich bin da ganz unten, ich glaube. Ah! Natürlich. Alter, bist du doof? Hä? Was? Wie hast du das geschafft? Da war ein Knopf über ihm. Oh, echt jetzt? Ja. Looks like we have a winner. You pass my test. Are you ready for your journey? Absolut. Wir werden hier so aufgehypt von dem... We... 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 Oh, ja, was geht up? Of course, yeah. I'll let you start your journey. Wait! Oh, oh, oh. Good luck. Wow, wow, okay. Ich feiere das gerade. Okay, also wir kennen jetzt Bob. Nice. Task one, get through the forest. Watch out, check out. What the hell? Ey, wie geil, ey. Checkpoint. Oh, oh, nice. Es ist einfach so witzig. Die Map ist einfach so witzig gestaltet. Ohne witzig. Ich feiere das gerade richtig hart. So. Okay, ist das jetzt wieder so... Müssen wir das beide schaffen, jedes Mal? Und wenn einer das nicht schafft, dann schafft es das andere auch nicht? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, wenn wir sterben oder sowas, dann einfach revive und so. Ja, wir hatten ja einen Checkpoint, ne? Okay, das ist ein... Das schon, ja, aber... Oder was meinst du? Oh! Yes. Gut. Ne, wenn jetzt einer von uns das nicht schafft, der andere halt schon, muss dann der andere auf den anderen warten? Äh, na, ich glaube nicht, so wie beim ersten Task wahrscheinlich. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, ach nee. Hab ich dich gerade runtergeschöpft? Ich weiß es nicht. Ich glaube vielleicht auch. Aber es ist wieder so ein dummer Jump'n'Run. Hä? Achso. Save the World by Jumping on Blocks. Okay. Absolut kein schwieriger Jump, ne? Absolut kein schwieriger Jump. Alles perfekt. Hast du das jetzt geschafft? Ja, den schon, aber den nächsten nicht. Ah! Jump Maps! Jump Maps! Können wir nicht haben, bis ins Ende schwimmen? Warte mal. Nee, aber ich glaube nicht. Das wäre doof. Also, doof. War schon cool. Ich glaube, das funktioniert. Ich würde es feiern. Nein, weil ich kann... Also, das Ende ist wahrscheinlich ein Block. Zu hoch, ne? Ja. Achso. Was ist das für eine dumme Task? Oh mein Gott. Ah! Ja. Unsere Quest ist es, die Welt zu retten. Die Welt zu retten. Verdammt. Das habe ich gesehen. Ah! Ah! Alles. Alles ist gut. Solange die Welt pisst. Ich glaube, wir müssen das einfach alles... Alles in einem Stück. Ja. Genau so. Wir retten die Welt. Es ist absolut episch. Noch nie was epischeres gesehen. Aber ich... Also, ich... Ich finde den Humor schon episch. Das ist schon episch. Wenn es darum geht, irgendwie die Welt zu retten vor dem seltsamen Humor, dann bin ich dabei, Alter. Ich habe das Gefühl, der Endpuss ist irgendein Pick oder so. Es ist oft peaceful. Oh. Hm. Warte mal, wir müssen gar nichts fighten und so. Hm. Vielleicht müssen wir... Bunnies fighten. Chick... Nein! Oh mein Gott, ich habe sie geschafft. Ich bin einfach weitergerammelt. Ja! Ich bin durch. Ach du meine... Kannst du dich jetzt umbringen und dann bist du hier? Nein! Ich... Ich probiere es. Ich habe den Sprung... Renn mal in die Lava rein. Ach so. Ja, da gibt es ein Lava-Stück. Das mache ich doch. Ah! Ah! Na... Was? Oh Mann. Nein, jetzt bin ich sogar weiter hinten. Nein! Oh, jetzt muss ich den ganzen Jump'n'Run beim Lava nochmals machen. Ah! Egal. Nein! Also wenn der ganze Dungeon jetzt Jump'n'Run ist... Uff. Okay. Jetzt kriegen wir es hin. Ich spüre es schon mal. Das ist so smooth. Yes! Baby! Nur noch... Zwei, drei Sprüche... Boah, ich habe es schon zum nächsten geschafft. Nein, oh Gott. Echt? Ja. Chill mal! Ich muss einfach... Ich muss einfach... Okay. Ja! Puh! Okay. Aber du hast es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Oh, du bist ein Pro. Ich bin sowas von Pro. Ich sage es dir. Komm ran! Nein! Ich wollte einfach mal geröstet, Alter. Es ist etwas mühsam, dass man immer noch weiterfällt nach dem Tod. Aha. Echt jetzt? Ja. Ist das so? Ab und zu halt nicht immer. Nicht immer. Nein! Hi! Bist du auf die Pressureplane? Gut. Oh, ich dachte schon, du musst jetzt wieder ganz zurück. Echt? Ja, tatsächlich. Ich bin auch gerade gebrannt. Aber das müsst ihr eigentlich nicht sagen. What the fuck? Was mache ich denn? Alter, ich brutzel ja wie eine Pizza, man. Jetzt kommen wir her. Ich komme richtig hin. Oh! 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 Ich warte hier auf dich. Bah! Ah! Was war das denn für ein Spur... Was mache ich denn? Easy. Was muss ich... Ach so, hier. Was ist so... What? Ich wäre fast verreckt, Alter, weil ich... Okay. Nein, ich mache immer den gleichen Fehler. Ah! Okay. Das geht schon. Alles klar. Ich drehe ja meine Runden. Ist fine. Okay. Einfach... Mach ich. Mach ich. Und das ist eigentlich easy as fuck, ne? Weißt du, du musst einfach konzentriert sein. Oh, hier sind Beds. Crafting Table. Kann man denn Blöcke abbauen? Nee, das ist ein Adventure Mode. Okay. Das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Hier war Bob. Wo? Most indefinitely. Also nee, das hat er halt geschrieben hier. Ach so. Ich glaube, da kann man nicht durch. Aber weißt du, wo wir durch müssen? Hier, ne? Probably hier die Gleiter hoch, ja. Ja. Hier die Gleiter hoch. Uh. Nice. Ah! Ein Slide Block Jump! Nein! Oh, echt jetzt? Ach so, hä? Oh shit. Was? Ach nee, das ist ja gar nicht richtig. Nee, da müssen wir auf den Schirm rauf. Wir müssen auf den Schirm rauf. Stimmt. Hab ich gar nicht gecheckt. Okay. Uh. Ich dachte nicht, dass ich den Sprung schaffe. Wir könnten uns eigentlich hier rausbuggen, ne? Aus der Map. Oh. Oh. Was? Ich hab den Schleim... Äh. Slime Jump nicht hingekriegt. Bist du irgendwie auf die Seite für das Slime Box oder sowas? Eigentlich nicht. Glaube ich. Oh shit. Oh. Ich hab trotzdem Fallschaden gekriegt. Ich hab den letzten Jump verkackt. Ich schau dir zu. Muss man auf dem Slime, muss man da nochmals jumpen oder? Ja. Also nee. Muss einfach drauf fallen. Ich hab mich halt nicht runter. Oh. Oh. Jetzt krieg ich nicht mal mehr einen anderen Jump'n'Run gebacken. Come on. Ja. Wir müssen den Park beenden. Wir müssen die Welt retten. Oh, oh, oh. Oh, oh. Richtig. Nice. Woo. Okay. Ich glaube, das war's für heute. Denn wir sind schon bei irgendwie 15 Minuten oder sowas. Vielleicht auch mehr. Ähm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst doch eine Bewertung da. Vielen Dank. Abonniert den Kanal, wie ihr es auch so gemacht habt. Und wir sehen uns bei uns. Und schau. Tschüss. Und diesmal die Unschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.